hey leute eskaliert hier zurück mit einem neuen empires and puzzles video wir machen die taverne die letzten zwei stufen die letzten zwei stufen dann sieht die letzte so aus flares fork heimdall elkanen ametrine und freya ja so machen wir das speichern noch mal wir bräuchten 4500 wir machen schnell zwei zeitstopper wir machen schnell zwei zeitstopper und jetzt das ganze noch mal gespeichert haben wir das 13 14 6 die ist defensiv die truppe mit 20 ja das passt ok dann let's jetzt ja 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 Das ist ein Rima, mein Gott. Ah, das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Schauen wir mal, wie über die Bossrunde wohnt. Ich schaue wie immer, dass ich doppeltes Leben habe, sobald ich in die Rund-Bossrunde komme. Also, dass ich wirklich... Na, jetzt habe ich die Zeitstopper nicht mitgenommen. Ich bin der Beste. Oh ja, er eskaliert. Der ist der Beste. Hahaha, mach extra weg. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Das ist wie ein Glas zu trinken ein-schenken. Und dann, wenn es weg geht, schnitze hoch. Ich mache keine Matches. Ich werde die Teile los, die ich nicht brauche. Also, die Farben, die ich nicht dabei habe, versuche ich runterzuschauen. Huh! Das war's schon nicht Hope. Immer noch nicht die Hände. Und dann muss ich runter Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also eigentlich dürfte da nichts passieren und es dürfte auch nicht ganz so lange dauern. Ich habe jetzt gar nicht geguckt was für Farben ich da habe, was für Gegner oder so, weil es mir total egal ist. Ich habe ein paar Algen übrig und damit mache ich es auch noch. Genau und wir haben 3 Tage. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020